Dürfen Anwälte eigentlich Tattoos tragen? Und tatsächlich gibt es in Deutschland ein solches Verbot für Anwälte nicht. Solange da keine Hassbotschaften, verfassungswidrige Symbole oder ähnliches zu sehen sind, ist das Tragen von Tattoos auch für Anwälte voll okay. Es gibt natürlich auch heute noch immer Leute, die sagen, nö, mit so jemandem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Aber man muss ja auch als Anwalt nicht immer sofort zeigen, was man hat.